Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to 3 mit mir den Kavien, äh, Worsok und, äh, da draußen ist... Ach, ist auf der Seite. Warten Sie mal, ich muss mal ein bisschen lauter stellen, weil das ist nämlich ganz schön leise. Denn wir sind nämlich auf der Suche einer Parts, aber... Parts-technischerweise... Ist da bis jetzt noch nicht so viel Glück. Äh, genauso wie mit der Performance. Äh, da könnt ihr... Ja, gut, lassen wir mal. So, äh, gut, wo will ich denn jetzt hin? Erst mal raus, würde ich sagen, wa? Ne, ich hab nochmal nachgeschaut. Ich wollte nur mal auf Nummer sicher gehen. So, jetzt auf die Seite. Hallo, Sie da hinten. Ich schieße mal kurz in den Popis. Sie haben nichts dagegen. Anscheinend nicht. Na gut, dann können wir weiterziehen. Ey, Sie haben Fuß verloren. Ich wollte bloß Bescheid sagen, ja, nicht, dass Sie suchen. Rückzug! So, jetzt. Hab ich nachgeladen? Bitte Frage. Schön, dass ich mir die Frage so spät stelle. Hallo? 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 Hey, der ist immer noch, äh, nicht anfinden. Und das Einzige, was hier nicht gefunden wird, ist auch noch... Bitte Performance. Komm doch wieder. Oh, scheiße. Warten Sie mal kurz. Ich muss mal kontrollieren. Ich habe ein Mod-Update gemacht. Dürfte eigentlich nichts verstellt haben. Qualität? Qualität. Tate, tata. Nö, seid in Ordnung. So, da bin ich hoch, Willa. Alles in Ordnung. Ich habe nämlich ein Qualitäts-Update gemacht. Und zwar, äh, richt... Wird das denn nun schon wieder los? Mensch, Richtung, äh, äh, Mod. Jetzt habe ich gerade gedacht, das hat irgendwie mit drin gegriffen. Aber ich habe jetzt dafür, jetzt, äh, ist er ein bisschen am straggeln. Ach, du raggeln. Jetzt hat ich... Wow. Ju, dass ich um hier stehen bin. Jetzt gibt es noch mehr. Was dein Inventar vollknallen kann. Wuhu. Verdammt. Naja, gut. Also, eh mal Farberin. Eh mal, äh... Wo ist denn jetzt das? Wieso kann ich denn das nicht da drin machen? Ich will da so ein Ziel-Dings drin machen. Ich brauche das. Habt ihr mich schon mal schießen gesehen? What schießet? Hallo, was soll denn das? Naja, gut. Dann lassen wir das jetzt erstmal... Dann schmeiße ich erstmal das raus. Oh, das Wasser sieht auch anders aus. Das Wasser sieht komplett anders aus. Du, da, du, da. Das Wasser sieht komplett anders aus. Du, da, du, da, dey. Ich bin gespannt, was mich da draußen erwartet. Die totale Zerstörung. Die sehen ja mal richtig gut aus. Bin ich mal gespannt, was mich noch so erwartet. Ich mach mal hier kurz, äh... Ich mach mal hier alles kurz kaputt, ja. Ich glaube, der ist da. Seien Sie mal bitte ruhig, ja, ja. Also, so hieß es ja nun nicht, ne. Können doch nicht hierher kommen und erstmal hier die... Die, die, die Pferdescheu machen. Das geht doch so nicht. Kann ja nie da kommen. Ich glaube, der hat einen Durchfall. Was denn? Wo denn? Hä? Wie jetzt? Hä? Verschlossen! Verschlossen... Geh mal weiter. Nicht verschlossen! Verschlossen! Nicht verschlossen! Verschlossen! Warum sag ich, bitte. Kriegen Sie doch mal selber mit. Ich warte noch eine Weile. Könnten Sie sich mal bitte beeilen? Das wäre nämlich nett. Warten Sie mal, ich boh, sie mach jetzt an. Hatsche! Klatsch! Hast du was Schöne drin? Ach nee, das ist Müll. Ja, doch! Ups. Das war zu viel, wa? Das war zu wenig. Ah, sie sind schon so weit. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Also für ihn. Für mich nicht. Bin ja ein super Schütze, bin ich. Sarkasmus ist heute wieder an Start. Das sieht aber auch pervers aus, Junge. Ihr seid ja total krank seid ihr, ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, nehmen Sie sich doch ein Zimmer. Haben Sie ja gemacht. Ist das denn quasi schon, äh, ihr wisst schon, ne? Also... Gut. Ist schon mal kaputt. Ach nee, Moment mal. Ich brauche ja auch noch eine... Ja, stimmt ja. Da war ja auch noch was. Meins. 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 Da war ja noch was. Ich brauche ja die Knochen. Mensch, die habe ich ja ganz vergessen. Die Axt des Todes. Ey, so ja ein... Naja, gut. Es spielte sich. Also, wenn ich nach Hause komme, also wenn ich denn kein Kleber herstellen kann, dann wies ich auch nicht. Also mengentechnischerweise. Also da sollten schon ein oder zwei Kleber drin sein. Dann mache ich doch Wasser. Wasser! Wenn ich schon mal hier bin. Natürlich ist jetzt kein Wasser da, ne? Das ist trübelt Wasser. So, was kommt denn in den USA aus der... Ach so, wir sind ja in den USA. Oh, ein Messer. Es wäre jetzt besser, hätte ich jetzt ein Messer. Tralalala. Schubidubi da. Du war. Naja, gut, war. Aber das sieht nice aus. Gut, ich beschwere mich nie wieder über ein Messer im Klo runterspülen. Aber das Messer, das ist ein bisschen übertrieben. Aber ich nehme es mit. Ist ja money. Mensch, money. Aber kriegen die nächsten AK oder sowas? Stellt sich nur die Frage, wie sie das in die Toilette rinne kriegt hätten. Von meinen Augenbrauen. Die wollte ich gerade mitmachen. So, mal. Ach, will er bohren, wa? Naja, gut. Wenigstens das können wir hier erstellen. Für die Kettensee müssen wir noch ein bisschen suchen, wa? Aber ich so das Gefühl... Ey, gut. Papier brauche ich ja nicht. Okay. Okay. Na ja. So, was war da noch? Äh, Sigi. Also wenn ich jetzt okay... Also... B-technischerweise... Und, äh... Kleber-technischerweise... Ey, ich muss so viele herstellen können. Wir werden die nächsten 20 Jahre nicht mehr brauchen. Das behaupte ich jetzt erstmal so. Warte, ich noch jetzt behaupte... Ah, nee, das ist ja dann keine Behauptung. Das ist ja eine Realitätssache und so. Ich gehe nämlich jetzt nach oben. Hallo? Hallo? Ist das hier der Ausgang? Da hat noch einer gepennt. So ein kleiner, dreckiger Penner. So, und wenn ich jetzt das doof mache, dann sind die aber künftig. Gleich da. Hallo? Hallo? Lutonitor. Hallo, sieh. Oh! Äh, doch! Oh! Och, nee. Halten! Immer schön Richtung Fenster halten. Natürlich auch treffen. Bitte hinter mir, kein Hund. Bitte hinter mir, kein Hund. Bitte hinter mir, kein Hund. Kein Hund. Scheiße, keine Munition. Kein, keine Munition in Äthi. Äh, Athen heißt der doch. Hallo, sieh. Hallo, sieh. Hörst sie nicht. Die Knarre ist kaputt. Das ist... Und die Knarre ist leer. Der ist ja mal doof. Warten Sie mal. Knüppel! 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 Wollt die mich gerade treten? Ja, nee. Das ist ja klar. Das war ja so klar. Was klage ich an? Ich hab so das Gefühl, wir können gleich nach Hause. Ich hab überhaupt nichts. Kein Platz, nichts. Nada niente. Ich bin ungehalten. Schönen guten Tag. Geh jetzt raus. Schnauze voll. Wo bin ich denn hier? Setz dich mal hin. Dafür, dass du verschlafen hast. Die Action ist schon lange durch. Du, durch, du. So. Ach, das geht hier noch nach oben. Ich will... Nee, ich geh nach oben. Naja, hier ist der geile Scheiß hier oben. Und ich hau hier ab. Moins! Wo sind sie denn? Da. Ja, perfekt. Er, sie, es blutet. Den hab ich gerne. Sicher, sicher. Siggi, Siggi! Geh jetzt mal hier hin. Na, das war ja klar. Nee, Moment mal. Bin ich denn durch? Wieso? Boins! Ich bin wieder da. Und treffe ihn auch so schlecht wie vorher. Haha. War es wahr. Und es wurde nachts. Und meistens kamen sie nachts. Ich hoffe, dass ich das überleben werde. Die aber nee, heisch. Hallo, sie! Na? Jetzt. Hoffentlich besser als mir. Nee, Treffer-Code auch nicht. Aber das sind alle Dinge. Oh, nö. Hallo, sie! Ah, ich muss hier abwechselnd schießen. Das geht so nicht. Verdammt noch mal. Hab ich mich getroffen, oder wat? Nee, sie ist bloß Widerstands-Fähir hier. So, nicht gelogen. Hallo. Tut mal wat, die... Na ja, gut. Andere Munition, wie gesagt, ist nicht drinne. La, 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 la. Sagen Sie mal. Wie sieht's denn eigentlich hier aus? Sieht da schon wat hier so... Nein. Nein. Masse statt Klasse. Na denn! Ich hab' ich gar nicht gesehen. Ihm erst mal. Achtung! Er hat sie vorgeschickt. Hab' da nicht gesehen. War clever. Dankeschön. Munition. Äh, warten Sie mal kurz ein paar Sekunden. Ich muss Villa... ...hab' Ihnen Dinge tun. ...Karbin-Dinger. Ja, da wird so wat nicht drinne sein, wa? Warum sollten Sie Milo-Ziden... ...hierrinschmeißen, die Braucher? Ich wär' ja total irre. Echt jetzt? Echt jetzt? Achso, das ist das Zeug, was ich weggeschmissen hab. Hallo? Hallo? Ist da jemand auf Locos? Bokos, 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 Bokos. Bin gespannt, ob da draußen sich irgendwas verändert hat. Wisst ihr, was das Schlimme gerade... ...in meinem Kopf ist? Ich sag' jetzt... ...oder, ich hab' gesagt... ...oh, schöne Gläser oder so. Ich weiß noch nicht mal. Also, ich bin der Meinung, die waren letztes Mal noch nicht... ...letztes Mal hatten wir noch die anderen Gläser. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das sind neue. Aber so, jetzt auf jeden Fall hab' ich mich so verunsichert... ...jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Willkommen in meiner Welt. So, sag mal, kann ich nicht... ...ne, das geht nicht. Ich wollte gerade sagen, kann ich nicht das da reinschmeißen... ...aber das ist ja kein Bogen. Aber das kann ich da reinschmeißen. Ja, aber warum ist da nur zwei Plätze? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das riecht mich hoch. Das riecht mich auf. Ich raste aus. Ich will nicht mehr ausrasten. Ich will da. Der Blick gerade... Hallo? Alter, das funktioniert ja. Guck mal hier. Oh, Jungs. Ja, jetzt kriegt das mit, oder was? Ey, ihr seid doch ein paar... ...vielle Männer. Oh, das sind aber viele. Warten Sie mal bitte, ich muss mir nochmal nachmachen, weil ich bin ja mein erster Schützer. One Point! Gewalt! Es knallt! Entschuldigung da hinten. Nimm mal diese pure Gewalt. Ich versteh' das nicht. Aber hier ist ja auch nicht mehr. Ja, ist doch gut. Ich hab mich bloß verziert. Ja, mach dich mal nicht so. Ich hab jetzt gedacht, dass hier irgendwie ne... Ja, gut. Gehen durchgang, wa? Dann nehmen wir mal weiter hoch. Hätte ja sein können. So, äh, vorgefüttert und so. Und dann... Ah, er hat nicht alles kontrolliert. Aber leider... Liegt da falsch. Ene weg. Ene weg. Ene weg. Oh, was mach ich denn? Hui! Ich sollte vorsichtig sein mit meinen Tasten. Ich meinte... Ach, ja. Ah, ja. Upsi. Verdammt mal. Bin aber wirklich ausgerutscht diesmal. Also, das war ja noch nicht... Also, ja, Juti plant es sowas ja nie. Ähm... Aber es war eben halt... Nicht ihr wollt. Äh, nicht ihr wollt. Also... Äh... Weiß nicht. Ich wollte es einfach nicht machen. Aber es ist trotzdem passiert. Ich wollte es nicht drücken. Macht doch keinen Sinn. Ist ja egal. Dieser Unsinn ist egal. So, was kriegt er? Oh, 200 Hacken. Na gut. Pilze ist nicht so schwierig. Ich hab da ein paar an der Decke. Flieg! Du bist frei! Zum Sie! Ich bräuchte doch einfach bloß wahrscheinlich runter zu Karre. Das ist so clever, dass mir... Ich geh mal kurz runter. Mich ausmühlen. Ich hab den Hund gefunden. Der ist kaputt. Der ist voll im Arsch. Entschuldigung, Urschi. Bahnfahrt sehen. Oh, die ist ja noch... Die ist ja fast leer. Warum ist denn die fast leer? La, 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 la. Ich hab Zeit. Ist ja nur Apolypse. Was soll passieren? Weil es ist ja dunkel. Also quasi, sieg nischt. Aber Dicken hier sehe, sieg mich auch nicht. Oder so. So, das hab ich ja eh nicht. Brauch ich jetzt auch nicht. Vielleicht brauche ich auch nicht. Vielleicht greifen sie mich deswegen an. Die denken, ich bin ein leckerer Sandwich. Äh, Schnitzel. Schnitzel-Sandwich. Sandwich. So. Ich fühl mich gleich leichter. Aber es ist arschkalt hier draußen. Es regnet. Es regnet. Mein Lut. Der wird nass. Ich bin wieder da. Wer noch? Aber wo war ich denn? War da. So. Na denn. Ab in mein Inventar. Aber so war ich von ZZ. Ah, la, 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 la. Das war wunderbar. Ja, gut. Jetzt sind ich für die Parts, die ich brauche. Aber. Jetzt sind noch ein paar Kisten da. Die Möglichkeit besteht noch, so was zu finden. Ich glaube, da unten sind wieder welche. Ich höre tote Menschen. Ich habe immer noch keine Parts. Na denn. Denn patzt mal auf. Ob wir sie jetzt kriegen. Was willst du von mir? Was ist los? Ey, jetzt reicht es mir. Das geht viel schneller. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich mag nicht mehr. Es regnet immer noch draußen. Naja, gut. Ich muss mir ja eh Medizin bauen. Ey. Das sieht aus wie ein Brötchen. Naja, gut. Nicht wie ein Brötchen. Aber das sieht jetzt nicht mehr aus wie ein Teller. Da. Seht ihr? Sieht man nicht? Nein. Ah, toll. Das ist noch. Naja. So sieht der Litt aus. Ah, das sieht doch bloß aus wie ein Brötchen. Äh, wie so ein Kuchenstück. Ja, gut. Es ist der Wille, der erzählt. Sieht anders aus. Ist doch cool. Lass uns los. Das ist ein sehr, sehr schönes Wetter. Ich muss weg, Leute. Wo muss ich denn lang? Vorsicht. Gabin unterwegs. Ja, in der Nacht. Durch den Wald. Äh. Durch die Finsternis. Schwierig. Was war denn der Ding? Warte, glatt ein Hund? Ein toter Hund, oder wat? Ist das ein Graben? Oder wat ist das? Ja, Entschuldigung. Gehen Sie mal zurück. Ich muss zurück ansetzen. Wir sind aber heute gelacht. Ich kann einfach nicht verzeihen. Tatü, Tata. Ja, gut. War durch das Grüne fahren. Ist am Tage schon blöd. In der Nacht noch blöder. Elch. Ein Nasen-Elch. Sehen die Blumen anders aus? Das sind... Das sind blaue Blumen. Warum sind da blaue Blumen? Oder sind die Beeren? Erdbeeren, Brombeeren. Na denn? Naja, die können ja auch hier noch ein paar Sachen so geändert haben. Interessant. Es wird interessant. Wird herauszufinden, wollt ihr bloß sagen, Spiel. Keine Panik. Bin wir leider zu Hause. Nee, gehen dazu. Achso, ich bin ja alleine. Ich bin ja alleine. Naja. Wer fressen für mich? Wer alleine ist, braucht nicht teilen. Ja, ja, ja. Ich sag mal, wie sehen denn die Pilze aus? Also laut verstandmäßig sahen bei mir Pilze im Kopf anders aus. Die sahen aus wie Pilze, aber das sieht ja aus wie... wie Pflanzen. Naja, gut. Vielleicht kenne ich mich da einfach nicht hier noch damit aus. Also vielleicht ist das ja auch bloß hier in meinem Kopf... Vielleicht sehen ja Pilze wirklich so aus. Ich weiß das ja nicht. Kann ja sein. Vielleicht ist das ja eine neue Sorte. Die Blumenpilze, wer kennt sie nicht? Verrückte Welt. Naja, gut, was hast du erwartet? Das Apokalypse. Wenn die dir sagen, das ist ein Pilz, dann ist das ein Pilz. Du Anfänger, du. Du kennst dich doch eh nie in Apokalypse aus. Da zweifelt der. Zweifler werden erschossen. Nichts gesagt. So. Gut, ich sollte mir erstmal die Heilung... Äh, soweit erstmal rinzwirbeln und danach... Äh, was mir fehlt, äh, herstellen, ne? So, warte mal. Ich hab eben mal Ditter. Äh, na leh. Oh, ich hab noch eine kleine Grüne. Das ist Ditter. Äh, na leh. Wenn ihr heilt. Auch wenn's nicht aufhält. So. Äh, dann gucken wir morgen gleich mal die anderen Pflanzen an. Vielleicht sehen jetzt so die normalen Pflanzen aus wie Pilze. Voll verrückte Welt, ich sag's euch. Voll verrückt. So, warte mal. Hier war Ditter. Und dann daneben sollten ja genau auch noch... Mods und, äh, ähnliche. Modsiert sein. So, warte mal. Wo hat denn jetzt der Weg... Also hier ist das Grünzeug. Grünzeug? Die haben wir so durch... Grünzeug. Grünzeug sieh ich da. Dabei meint er Sachen zum Verkaufen. Der Hannes, der... Alter, 2000. Ich bin rein. So, warte mal mehr. Das kommt da rein. Aua. So. Ach, das ist ein leerer Glas. Ich wollte... Ähm. Also. Wenn so bei euch ein Kaffee aussieht, dann habt ihr den Püfer vergessen. Es sind Kaffeepüfer hier, oder? Ne? Also. So sollte ein Kaffee nicht aussehen. Es sei, ihr seid mit dem Kaffee richtig, richtig sparsam. Aber dann würde ich auch sagen, ihr übertreibt mit dem Sparen. Aber das ist nur meine Meinung. Das ist nur meine Meinung. Was immer ihr auch wollt. Aber gib mal, das ist doch jetzt so... Was ist der Unterschied zwischen HD-Ruten? Also. Wachsen mir denn Blüten auf dem Kopf, oder was? Kriegt dein Wille Haare? Den immer her mit dem Zeug. Wie trinke ich denn auf Ex? Öl. Hat das vorher auch gebrannt? Wiegt eine Rauchvergiftung? Ich gebe zu. Es ist mir nie aufgefallen. Also, ich weiß nur, dass er Punkten gehabt hat. Aber ob ich hier so richtig so gebrannt hat, wie ich jetzt ist. Wahrscheinlich schon, aber... Ich weiß es nicht. Es habe keine Ahnung. Was das angeht. So, warte mal. Ich habe hier jetzt... Müsste ja rein theoretisch... Praktisch... Der andere steht schon so weit fertig sein. Warte mal. Ich schnitt es mal, wo es denn hier drin ist. Da ist ein Eisen. So. Ich brauche hier schnittet Eisen. Ob ich mir nochmal Spikes herstellen soll? Ich weiß es nicht. Hey, da war ein Witz. Hallo? Natürlich stell ich mir noch Spikes her. Mom, mom, mom. Das war auch ein Witz. Wir stellen uns nämlich zwei her. Das tut mir jetzt nicht mehr gut. Jetzt sieht mir das überhaupt nicht gut. Ist das jetzt fertig oder was? Oder wie? Äh, äh. Äh, äh. Naja, gut. Jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Ich verstehe nicht, was das Spiel von mir will. Das macht erst eh eine... Das macht ja viele andere Dinge. Ey, das ist... Oh, nicht schon wieder. Hallo, ihr seid doch da. Ihr seid doch an. Jetzt macht mal Baller, Baller. Okay, doch. Na du? Damit hast du nicht gerechnet, wa? So. Da ist ein Teddy. So, komm mal rum. Ja? Ich bin hier. Na ja, juhu. Das ist eben halt bloß für da und für da. Steck deine Nase nicht überall drin. Mensch, ich wollte doch eigentlich... Test meiner Waffen. Meiner Skills. Ich bin am Arsch. Komm mal auf. Was ist denn eigentlich mit denen da oben? Ich hab die jetzt nicht schießen gehört. What? Schieß it? Nö, ihr seid eigentlich... Also... Ihr seid eigentlich noch voll einsatzfähig. Aber ihr seid scheiße eingestellt, ne? Jetzt könnt ihr richtig Bambule machen. Viel Spaß. Ne, nachherladen. Aber das soll ich bestimmt schon hochgefallen. Und ich muss husten. Holy moly. Husti, husti. War da jetzt Papier mit bei? Ne, war nicht. Waren wenigstens ein Knochen mit bei? Hat da einer drauf geachtet? Ich seh nämlich keiner. Ich hab den noch Inventar... Wo hab ich den? Na ja, ich hab Schnellsortierung gemacht. Da war eine Schnellsort... Achso, hier ist ja noch... Natürlich. Das hatten wir ja... Moment mal. Das hatten wir ja produziert, ja. Und jetzt können wir den Rest produzieren. So, Leute. Äh, hat drei Jahre gedauert. Ich hab ein bisschen sortiert. Und ich hab gleichzeitig ein bisschen was gemacht. Aha. Wer hat's gedacht, hat er? Ich hab durchgezogen. Was, Alter? So, was hab ich denn in der Zwischenzeit gemacht? Naja, dann fangen wir mal... hier an. Ich hab mir noch mal Klebestreifen hergestellt. Und zwar für... Naja, für Repair... Äh, ne, für... Ja, doch, für Repair-Kids. Und das hab ich jetzt in Produktion für Munition. Und zwar schrutzen, technischerweise. Die ist natürlich nämlich Hochschulen, mache. Aber nicht so viel, wie ich haben möchte. Deswegen... Deswegen fragt mich jetzt gerade, wo mein Schwarzbüller ist. Boah, ich hasse den Mikro-Fräumen. Das ist noch schlimmer. Nochmal. Rezept anklicken. Ne, mach ich doch was auf. Ne, hab ich ja jetzt. So, warte mal. Dann öffnet ich nochmal die Schrotze. 200 Schuss. So, und wo hab ich jetzt den Schwarzbüller eingeschossen? Rein theoretisch da. Wo man sowas drin schmeißen könnte. Warte. Warte. Warte mal. Ich hab jetzt nicht mitgemacht. Hm. Jetzt hab ich's gemacht. Da ist es doch. Boah, ich hab's nicht gesehen. Ich hab jetzt... Hä, wo ist mein... Hä? Ich hab da eben so viel Schwarzbüller ja... Ja, weil ich nämlich 80 Papiere schon allein dafür brauche. Oder so. So, erstmal herstellen. 500 Schuss ist besser. Äh, was heißt das? Besser. Entschuldigung, ist das so rum. Okay, also. Jetzt sind wir nochmal nach draußen. Alter, wir haben noch ein Beta. Das ist Wahnsinn. Der Kabin hat lauter Beta. Beta, 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 Beta. Das sollte eigentlich auch schon lange fertig sein. Und ich hab gedacht, dass es mehr ist. Ich hab mir eingebittelt, die wäre mehr. Aber hier kann nie drin sein. Ich hab ja hier nur Blei und hier hab ich Messing drin. Ich hab gerade tausend... Ne, knappe tausend... Ne, ich hab tausend eingeschmolzen. Ach so. It is nur ein bisschen teuer. Hm. Hier noch wat? Ah. Ganze zweer. Ob dat reicht? Ich glaub, ich muss mir erstmal was Spikes herstellen. War ein Scherz. Immer noch. Es war doch ein Scherz. So, ich wette das mal. Gut. So, dann können wir nämlich nächstes Tier rummachen, ne? Also... Ihr sagt, wir müssen ja hier außen rum noch ein bisschen... Wo waren wir denn letztes Mal hier? Weil, wie ihr sagt, wir wissen ja, das reicht nicht. Jetzt. Ich hab ja gesagt, das reicht nicht. Ich dachte, das reicht ein bisschen länger. Aber gut. Das nehmt halt nicht. So, jetzt schon mal will er ein paar Beete ranhängen. Ich werde das jetzt einfach erstmal so rantackern. Wie gesagt, wir brauchen ja den Stuff. Echt jetzt? Ich hätte mir lieber die Schöpfe mit hochnehmen sollen, ne? Aber ich muss doch vorsichtig mit dem Drücken sein, hier mit dem Ding. Ich mach doch keine Rücksicht auf Verluste. An. Das müsste aber schon reichen, oder? Guck mal, wie breit das ist. Das reicht dicke dreifach. Und wenn ich da eine Schrinie pflanzt kriege, dann wies ich auch nicht. Also, wenn ich das irgendwann mal mache. Pflanzen? Du musst dann auch einpflanzen. Scharf sind nicht, wa? Immer noch zehn Stück. Gut, das könnte vielleicht ein bisschen zu tief gewesen sein. Zwei Stück noch. Die beide dick an mir. Das reicht. So, warte mal. Sag mal, kann ich das auch so abbauen? Nein, kannst du nicht. Also, ich brauche dazu mindestens ein Messer. Ne, das geht jetzt auch nicht mehr. Wie jetzt? Das geht nicht mehr. Ach, das ist Anbau. Das ist noch ja nicht fertig. Oh. Na, gut. Hier kommt der Maian schnell da hinten hin. Komisch. Ihr seht genauso aus wie ein paar Pilze. Aber gut, das weiß ich nicht. So, was ist denn das für ein Bäumchen? Hab ich... Und da. Das ist Jucca. So sieht also jetzt Jucca aus. Ja, das Goldhuten-Tee. Krücher und Teen. Und... Oh, Baumwolle sieht wieder aus wie Baumwolle. Das ist nice. Aber was mir immer noch interessiert. Was war das davon für eine blaue Beere? Sorry, äh... Prioritäten, ihr wisst ja. Oschi, ich kläre mal unsere Prioritäten ab. Da war doch eine blaue Pflanze. Ich will wissen, was das für eine blaue Pflanze war. Da ist eine rote Pflanze. Schneebären. Wenn das Schneebären waren. Oh, Kükis! Kükis. Oh, das sind keine Küken. Das ist fake. Kükis. Ich meine Küken. Ja, gut. Dann wird das blaue da hinten gewesen sein. Blaubären, ne? Geht mal davon aus. Ey, die sehen ja... Das sieht ja mal richtig nice aus. Achso, das sieht ja ja nicht. Ah, ich weiß immer wieder, dass das eine Mod ist. Ups. Bei Mod ist das Problem, dass ihr... ...bille Sachen drücken könnt, aber nicht, äh... Hallo? Genau. Äh, ihr... Oh, ich bin am verdosten. Und am krepieren. Äh, ihr könnt keine Bilder schießen über... ...Steam. Natürlich habe ich mehr trinken unten, ne? Oh, ich habe es überlegt. So, ich renne mal schnell nach uns. Äh, und hole uns erst mal ein paar Bären. Äh, trinken, mein Dick. Trinken. Ich möchte nicht sterben. Jetzt habe ich auch keine Ausdauer mehr, oder was? Ey, ich habe da eh einen Punkt unten, ja? Also, ich habe noch keine richtige... ...den richtige Urst. Jetzt wird mir nur angezeigt. Ehen Prozent ist mehr als nix. Lala. Sag mal, wenn ich den jetzt esse, gibt es keine Physischkeit, wa? Nö. Ein eindeutiges Nein. Naja, ein Bier wird mir helfen, wa? Oh, ich glaube, wir haben Besuch. Oh, ich kann doch mal trinken. Komm her, du schöne Trinken. Naja, schön ist Ansichtssache, aber erst mal trinken. Was ist denn da oben los? Was ist denn da oben für eine Lautstärke? Kann mir mal bitte jemand erklären? Ich komme jetzt so hoch. Ich weiß bloß nicht, warum ich so langsam bin. Also, bei mir wird die Geschwindigkeit angezeigt, aber das ist halt die... ...andere als die Geschwindigkeit. Au, Nase. Ah. Das war bloß einer, wa? Juck, das war bloß einer. Aber ich muss nachher dran denken, dass ich das Ding wieder ausschalte. Jucka. Wie gesagt, das ist schon cool, dass hier immer neue Sachen hinzukommen. Da sind sie. Das sind Snowberries. Die müssten normale Blaubären sein, ne? Eidelbären. Ich finde das cool. Man sieht das jetzt endlich. Einen Unterschied. Du bist nur ein Busch. Husch, husch. Na ja, da hat sich nichts geändert. Oh, haben sie bei den Händlern auch irgendwas geändert? Beim Händler auch? Haben sie bei den Händlern auch irgendwas geändert? Kicken wir mal. Vielleicht sehen sie anders aus. Suchen sie jemanden? Hallo, sie. Was ist denn hier los? Wandern? Oder wat? Was ist denn hier los? Neuer? Hallo, sind sie neu? Nee, sie kenne ich schon. Nee, sie kenne ich schon. Mit ihnen will ich keinen Kontakt haben. Äh, nee, nee. Können wir neue Sachen machen? Also, alte neue Sachen. Oh, hier sind aber viele. Viele Schneebären. Vor allen Dingen, jetzt sieht man das auch besser. Gut. Äh, warten sie mal. Ich nehme mal die Knifter. Der hat sich nicht verändert. Der sieht noch genauso hässlich aus. Ich freue auch. Und ich habe mein Portemonnaie ausgelert. Ey, du hast jetzt die Parts mit bei. Nee, hat er nicht. Ja. Machen wir. Mit ein bisschen mehr Geld. Und, äh, denn von dir ein paar neue Questen. Denn, wir werden nämlich hier zur Feierabend machen. Ähm, wir werden uns nämlich gleich ein paar neue Questen holen. Aber erstmal müssen wir noch, äh, den Bären killen. Und dann muss ich mir ein Riedberg jetzt erst mal herstellen. So, in zwei Stück. Hallo. Das ist noch ein Bär. Ich glaube, der geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Ach nee, die haben den schon weggemacht. Richtig so. Gut, dann bin ich gespannt, was auf uns morgen wartet. Also, Leute. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Träumchen. Abonniert den Kanal. Unterstützt mich damit. Und, äh, jo. Macht euch einen schönen Tag. Ich bin dann erstmal raus. Auf unseren Schössikowski.